Wenn man sich mit dem Thema Flüchtling und Asyl auseinandersetzt, kann einem angesichts der vielen Zahlen, Begriffe und Argumente schon ganz schön schwindelig werden. Mit dieser Folge so und so gesehen bringen wir hoffentlich ein wenig Licht ins Dunkel. Über Flüchtlinge und Asylbewerber wird ja nicht nur im Rahmen von Pediga immer wieder heftig diskutiert. Dabei geraten die verschiedenen Begriffe aber häufig durcheinander. Flüchtling und Asylbewerber, das ist nicht unbedingt das Gleiche. Schauen wir uns die Begriffe also erstmal genauer an. Asylbewerber sind Menschen, die in einem fremden Land Schutz vor politischer Verfolgung in ihrem Heimatland beantragen. In Deutschland wird dem Asylantrag nur dann stattgegeben, wenn sich diese politische Verfolgung nachweisen lässt und selbige vom Staat ausgeht. Der Asylbewerber wird in diesem Fall zum Asylberechtigten. Allgemein könnte man sagen, ein Flüchtling ist jemand, der sein Land verlässt, weil ihm dort Gefahr droht. Laut Genfer Flüchtlingskonvention, wer sein Land aus der begründeten Furcht vor Verfolgung, aus Gründen der Rasse, Religion oder Nationalität verlässt. Anders als beim Asylsuchenden muss diese Gefahr nicht vom Staat ausgehen. Die Prüfung des Antrags auf Flüchtlingsschutz bzw. Asyl nimmt in Deutschland zum Teil mehrere Jahre in Anspruch. Bis dieser abgeschlossen ist, darf sich der Bewerber weder frei in Deutschland bewegen, das nennt man Residenzpflicht, noch darf er in dieser Zeit arbeiten, diese faulen Asylbewerber. Wird Flüchtlingsschutz oder Asyl gewährt, darf er zwar arbeiten, aber nur, wenn die Stelle nicht von einem Deutschen besetzt werden kann. Die nehmen uns doch nicht die Arbeitsplätze weg. Es kommt immer wieder vor, dass die Bundesregierung aus politischen oder humanitären Gründen entscheidet, eine bestimmte Anzahl an Flüchtlingen aufzunehmen. Zuletzt geschah das mit 20.000 Flüchtlingen aus Syrien. Das klingt zunächst einmal nach einer Geste der Hilfsbereitschaft. Diese Menschen nennt man Kontingentflüchtlinge. Für sie gelten nicht die gleichen Anforderungen wie für Asylsuchende, sondern variable Kriterien. Im Fall der Syrer sollten vornehmlich Menschen nach Deutschland kommen, die schon Verwandte in Deutschland haben. Diese konnten bei den Behörden Vorschläge machen, mussten aber, und hier kommt der interessante Punkt, nachweisen können, dass sie finanziell dazu in der Lage sind, für den Unterhalt ihrer Verwandten aufzukommen. Hier wird also nicht denen geholfen, die es am dringendsten nötig haben, sondern denen, die es sich bzw. deren Verwandte es sich leisten können. Hier hilft also nicht der Staat, er lässt Hilfe einfach nur zu. Aber irgendwie muss man die Zahlen ja einschränken, denn klar ist, dass selbst wenn man wollte, nicht unendlich vielen Menschen Platz geboten werden kann. Die Frage ist, wo zieht man hier die Grenze? Wie viele Menschen kann Deutschland aufnehmen? Mehr als 50 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. 33 Millionen davon sind sogenannte Binnenvertriebene, also Menschen, die innerhalb ihres Heimatlandes flüchten. Der allergrößte Teil der Flüchtlinge flüchtet in benachbarte Länder, was dazu führt, dass Länder wie Pakistan, Iran, Libanon, Jordanien und die Türkei die Hauptlast an Flüchtlingen tragen. In Deutschland wurden im Jahr 2013 126.000 Asylgesuche gestellt, womit Deutschland international auf Platz 1 lag. Diese Zahl relativiert sich allerdings, wenn man die Bevölkerungsgröße im Vergleich mit einbezieht. So betrachtet werden zum Beispiel in Schweden 5,7 Asylanträge pro 1.000 Einwohner gestellt. In Deutschland dagegen nur 1,5. Man kann also nicht sagen, dass wir gemessen an unserer Bevölkerungsgröße besonders belastet wären. Vor allem dann nicht, wenn wir uns vor Augen führen, dass im Fall der 1,1 Millionen in den Libanon geflüchteten Syrer ein Verhältnis von 250 Flüchtlingen pro 1.000 Einwohner entsteht. Das ist ein Viertel der Bevölkerung zusätzlich obendrauf. Das ist so, als würde Deutschland 20 Millionen Flüchtlinge aufnehmen. Interessant ist es auch, sich mal anzuschauen, wie viele der 126.000 in Deutschland gestellten Asylanträge bewilligt wurden. Es waren nämlich nur 20.000. Das ergibt dann eine Schutzquote von 25% und auch damit lag Deutschland unter dem EU-Durchschnitt von 35%. In Schweden, um das Beispiel nochmal anzuführen, lag diese bei 53%. Mehr als ein Drittel der in Deutschland verweigerten Asylanträge scheiterten nicht daran, dass die Bewerber in ihrem Heimatland nicht um ihr Leben fürchten müssten, sondern an der sogenannten Drittstaatenregelung. Diese besagt, dass innerhalb der EU ein Asylantrag in dem Land gestellt werden muss, in dem die EU zuerst betreten wurde. Deutschland profitiert massiv von dieser Regelung, da es zu allen Seiten hin von sicheren Drittländern umgeben ist und so viele der Flüchtlinge ohne Prüfung in diese Länder zurückstecken kann, im Gegenzug aber nur wenige durch die Regel erhält. Eine gerechtere Aufteilung der Flüchtlingsaufnahme in der Europäischen Union scheint gerade im Hinblick auf die durch anhaltende Krisen steigenden Flüchtlingszahlen erforderlich zu sein. Tatsächlich sind die Zahlen der Asylanträge in Deutschland in den letzten Jahren massiv gestiegen. Hier muss man allerdings dazu sagen, dass sie im Spitzenjahr 1992 auch schon mal bei über 400.000 lagen. Hier müsste also noch ein bisschen Luft nach oben sein. Und trotzdem schlagen die Städte und Kommunen Alarm, sie könnten die Flüchtlinge nicht unterbringen, weil es an geeignetem Platz und Geldern fehle. Immer wieder hört man ja auch von katastrophalen Zuständen in den Flüchtlingsheimen oder wie zuletzt in NRW von Misshandlungen. Hier zeigen sich ganz offensichtliche politische Versäumnisse, was Finanzierungsstrukturen und gesetzliche Regelungen angeht. Solange diese Verhältnisse nicht behoben sind, muss man sich fragen, ist den Menschen wirklich geholfen, wenn sie hierher kommen? Diese Kritikpunkte zu formulieren setzt natürlich eines voraus, dass man den Flüchtlingen überhaupt helfen will. Man könnte ja auch fragen, haben wir nicht genug eigene Probleme, wie zum Beispiel die steigende Kinderarmut? Zunächst muss man sagen, dass das deutsche Grundgesetz und die UN-Flüchtlingskonvention Deutschland dazu verpflichten, Flüchtlingen Schutz zu bieten. Außerdem geben zwei Drittel der Menschen in Deutschland laut einer Studie der Robert-Bosch-Stiftung an, Flüchtlingen helfen zu wollen. Allerdings geben auch 25% an, kein Asylbewerberheim in der eigenen Nachbarschaft haben zu wollen. Da ist es ein bisschen wie mit den Windrädern. Saubere Energie wollen alle, aber so ein Ding vor der Tür stehen haben, um Himmels Willen, nein! Man könnte natürlich auch fragen, ob wir als reiche Gesellschaft nicht eine Verantwortung tragen, diesen Menschen zu helfen. Und das vielleicht gerade deshalb, weil westliche Kolonialisierung, die Kriege der letzten Jahre und eine oftmals ausbeuterische Wirtschaftspolitik mit dazu beigetragen haben, die Verhältnisse zu schaffen, die die Menschen jetzt zur Flucht nötigen. Schon aus Eigeninteresse müsste man es ja mindestens versuchen, diese negativen Einflüsse, die es auch heute noch gibt, einzudämmen. Ein Eigeninteresse ist es aber natürlich auch, den gerade erwähnten von Armut betroffenen Kindern in Deutschland zu helfen. Es ist natürlich wichtig, diesen Kindern zu helfen. Dabei hilft es aber sicher nicht, ihre Not gegen Flüchtlinge auszuspielen, von denen weltweit die Hälfte selber Kinder sind. Bei der ganzen Diskussion sollte man nicht vergessen, dass man dabei über Menschen spricht, die in ihrer Heimat alles verloren haben und um ihr Überleben kämpfen. Manchmal hört man auch das Argument, wenn wir denen helfen, kommen nur mehr. Das trifft allerdings nur auf die Menschen zu, die auch hier bleiben wollen. Der Großteil der Flüchtlinge möchte aber, sobald das möglich ist, zurück in sein Heimatland. Was es mit den anderen, die auch oft als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet werden, auf sich hat, darüber reden wir, wenn wir mal eine Folge über Migration und Einwanderer machen. Ein Video über Islamkritik gibt es schon, den Link dazu as usual in der Endcard. Was denkt ihr? Tut Deutschland genug für Flüchtlinge? Oder seid ihr vielleicht der Meinung, Deutschland sollte gar keine aufnehmen? Habt ihr persönlich Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht? Diskutiert in den Comments, aber keine Ausflüchte. Ich bin der Ben, das war so und so gesehen.